Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Gut, was wollten wir als nächstes machen? Hier haben wir die große Brücke geplant gehabt. Ja. 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 Okay. Ja. haben wir jetzt gerade wieder genug. Und Prepared Meats haben wir auch genug. Und ich habe aus Versehen die Hunde getötet, die hier Restraint waren. Oh, ich sollte keine weiblichen Hunde hier anbinden. Dann kommen nämlich die Welpen mit. Ich sollte männliche Hunde hier anbinden. Die zwei. So. Gut. Haben wir jetzt eigentlich noch mehr Podeste, die wir bauen können? Furniture, äh, Display. Ja, haben wir. Also macht noch... Walkpedestel, vier Stück. Ah. Ah. Können wir das Ding drauf platzieren? Das müsste unter Cut-Gems fallen? Nö. Fällt das drunter. Glob. Glob ist jede Menge Doc-Fat. Und Doc-Tello. Goblets, Large-Gems, da müsste das drunter fallen. Jo. Das ist bei 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 16 Tische und 16 Stühle, die tun wir mal hier oben noch hin. Walk-Tension. Walk-Tip-Tip-Tip-Tip-Tip. Walk-Crone? Räuchte ich 16. Und Walk-Table? hätte ich auch gerne 16. Dann erlauben wir mal wieder alles, was hier rumliegt. So, okay, wir müssen uns ein bisschen zeigen. So, danke für das und das ist ein bisschen Exbild. Jetzt gehts mich doch nicht, dass ich wieder einmal ein bisschen ich bin als ob, ich bin als auch gut. Ich bin als für ein bisschen der Treppe, so in die Mitte, jetzt mach ich mal die Hoppe. So, wenn ich etwas, wäre ich sowas. So, wenn ich mir jetzt, was ich dann noch etwas? Wie sehen unsere Farmen denn so aus? Also Speedpots werden jede Menge angebaut. Es werden auch schon wieder Crowley Bushes angebaut, schön. Und mal gucken, für was kann man Dimple Cups doch benutzen? Äh, Farmplots? Äh, ne, das müssen wir unter Labor Kitchen gucken. Quarry Bushleafs, Caveweed, Plump Helmets, ja. Oh, unser Trinken, das wird arg knapp. Aber er ist ja schon dabei, groß zu produzieren. Oh, wie mal. Nein, unser Bua ist grad beim Harvisten vom Platz. Man kriegt jetzt mal das Brauen die höchste Priorität. Ob das den Bua dann... Ja. Das bringt demnächstes dazu. Oh, und unsere beiden Zimmer sind fertig. Gut. Das heißt, wir können hier schon mal Betten reinstellen. Wir können keine Türen, weil wir keine haben. Okay. Ich hab vergessen, Tür zu machen. So, zwei Voktors. Hat die höchste Prio. Mal gucken. Cabinets haben wir zwei. Koffers sollten wir auch zwei haben. Tables. Und... Chairs. Ah ja, Armour Stands. Oh, und ich hab vergessen, ich wollte das Ganze hier eigentlich noch engraven. So. So, unsere Schussscharten sind bereit. Das heißt, unsere Wachtürbel sind bereit. Was macht mein Bua jetzt gerade? Essen. Ja, okay. Essen ist okay. So, das hier hier. Weißt du, wir haben keine Pflanzen? Wo sind meine Plump-Helmets? Die sind doch da. Hä? 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 Ich brauche jetzt dringend einen zweiten Buafeld. Wir haben hier eine komplette Spur. Du machst das auch mal. Wo bist du gekommen? Da bin ich ja froh darüber, dass wir dich gekriegt haben. Okay. 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 Warum? Er braut ein bisschen was und dann hört er wieder auf. Ich meine, hier sind Plum Helmets jede Menge drin. Ich meine, hier sind Plum Helmetsch. Oh Mann, das wurde beendet. Schön. Ich habe gerade die Rotierung verloren. Und da sind wir. Ich meine, hier sind Plum Helmetsch. Also wir müssen gerade gucken, dass wir unsere Plum Helmets vor allem verbrauchen und zum Trinken machen. Und die Sweet Pots auch. Ich mache keinen Sirup mehr draus. Ich mache jetzt nur noch Trinken draus, bis wir wieder so bei 500 sind. Am besten helfen wir mal damit außerdem auch ein paar Pflanzen hier draußen sammeln. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann...